ein buchstabe ja gut es ist ein d mindestens ein d oder ein e oktober kann ich meine versuche resetten das wäre ein träumchen aber irgendwas hier erstmal alle klammern raussuchen damit die falschen wörter gelöscht werden ach so die wenn ach lol die werden gelöscht dass das wusste ich noch gar nicht dachte es gibt nur zurücksetzen und dings ich dachte es gibt tatsächlich nur zurücksetzen aber gut ich weiß gar nicht welche klammern soll es gibt außer die und die hier es gibt sie drei klammern warum geht das hier nicht ja gut habe ich gesagt ich glaube hier gibt es keine klammern also keine richtigen wir machen noch einmal falsch eintrag entfernt was heißt denn cool ist entfernt versuche zurückgesetzt ach scheiße das hätte ich nicht machen sollen ach hier unten aha verstehe also ich versuche es zu verstehen ach so über dings geht es nicht ok ach so das war ein wort genau das ist ja irrelevant weil haben wir ja schon haben wir jetzt hier noch irgendeine klammer drin ich sehe jetzt keine weitere klammer tatsächlich also auf annieb sehe ich keine weitere könnte wenn da irgendeine hier drin sein aber ich tue es gerade nicht ich glaube ich mit allen klammern durch die hatten wir schon die haben wir ja auch schon gut also haben wir noch tauntet wir haben noch annulliert wir haben noch row nee trust oder crossed wir haben noch dragons sie haben noch sermons das kann auch so viele wörter sein aber überall sind die gleichen buchstaben wie heißt du noch mal in game und meine freundsliste ist inzwischen sehr lang geworden so wie ich ein schalte tatsächlich seit der dd zwei buchstaben sie sind zwei buchstaben rennen also immer an das a und das o upset freedom und dragons dragons ein buchstaben ja dann ist hier das o dann war das hier nicht das ding da war das das e was scheiße wo sich mein namen aber wie gesagt ich werde nicht mehr lange machen ich bin ich verliere mich um ich habe ja so ein ach ja wie kann ich meinen namen ändern ich habe keine ahnung wo ich hätte eingehen können stimmt verdammt ich muss mal gucken wo ich das ändern kann ob sie überhaupt noch geht ich habe keine ahnung äh äh n e g l e c t e d g o b l i n kaiobi kopieren ich lasse es mal kurz lau so einfach stummschein für die sitzung blockieren ja äh ich habe es mir abfotografiert ok Okay. Finde ich gut. So, noch einmal. Next try. Aber ich finde dich nicht in meiner Liste. Kann ich dich irgendwie zur Sitzung einladen? Also du bist doch Sarah Emerald, nehme ich an, ne? Ich habe zum Glück nur einen. Also ich habe damit weniger Probleme. Ich will doch jetzt los, nur dieses Ding hier schaffen. So. Ne, das will ich nicht machen sollen. Das war doof. Da hat er gelöscht. Dann hat er das unten gelöscht. Das hat er auch gelöscht. Cool. Wir kümmern uns mal in der Zeit ein bisschen hier drum. Gut, da ist nichts weiter. Schade. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Hier ist noch was. Da ist noch was. Können die nicht andersherum sein? Das ist ja voll doof. Das sind halt nur die Klammern, ne? Das ist... Uff. Oder dieser smiley Gedönster. Okay. Mehr habe ich nicht. Was habe ich jetzt noch offen? Ich habe noch disabled. Watched. Savant. Loyal. Nein. Ach shit. Wie kann ich nochmal zurücksetzen? Da war das ja mit zwei gesprungenen Klammern, ne? Ich glaube, das kann ich gar nicht mehr anklicken, weil ich das ja schon habe. Hast du mich gefunden? Shit. Ja, zumindest zeigst du mir nicht mehr online an. Müsste ich nicht auf der Karte irgendwie sehen, was das da? Wer kennt die nicht? Und nochmal von vorn, weil das macht Spaß. So, Versuche zurückgesetzt. Achso, ja. Ja, ich habe einfach mal angenommen. Jo, Taras, die habe ich doch von irgendwo gesehen. Wo habe ich von Taras gesehen? Die sind mir doch irgendwo mal über den Weg gelaufen. Irgendwann heute ist sie mir irgendwann mal über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht mehr wo, aber naja, ist eine andere Geschichte. Ich werde das schon schaffen. Da haben wir noch was. Ich klicke gleich die ganzen Wörter hier einfach durch. Ich weiß. Ich glaube hier ist nichts mehr. Also ich sehe mir nur, sonst nix. Vier! Vier Buchstaben! Ach du heuliger! Vier! Was? Get? Getty wahrscheinlich oder was? Ja, wir haben es. Ja, wir haben es. Gott verdammt, ich mag mich. Tür öffnen. Öffne sie! Super! Oh, hallo. Wir haben es geschafft. Wow! Dafür gehe ich hier rein? Hallo. Du machst das schon. Ich bleibe jetzt hier hinten. Und gucke dir zu. Okay. Wir haben noch einen Save. Ich habe schon wieder keine Haarklammer. Ich mag mich. Hast du die Aufgabe gerade für mich erledigt? Nein. Okay. Super. Hi! Na? Ich muss mal ganz kurz sammeln. Äh. Jetzt. Nein. Ich habe mir eine Spritze gegeben. Ich wollte eigentlich... Na, Gott. Ich... Ich glaube, wo war das hier? Hallo. So, der war auch wo da oben. Hallo. So. Hallo. Ich muss mal kurz hoch die Aufgabe da oben erledigen. Äh. Muss ich noch eins hoch? Wo waren jetzt diese doofe Aufgabe da oben? Oh, Gott. Ne, hä? Die Aufgabe ist noch nicht fertig. Ne, aktiviere das Verbindungsmodul an der Anschlussstelle. Wo ist denn jetzt das Verbindungsmodul? Okay, ich muss anscheinend hier durch. Komm, weiter. Da war ich hier drin. 21 Uhr. Und du streamst auch auf Twitch, nehme ich an. Nur rein, ähm... Fallout oder auch andere Sachen. Guck mal, hier, da muss ich hin. Da gab's eine Überladung anscheinend. Ist die Quest jetzt abgeschlossen? Ich glaube, die... Apple Call 118 dort. Partuelle Verbindung hergestellt. Verbindung mit... White Spring. Wieder hergestellt. Call ist benutzer Signal. Synchronisiert. Eder Auslösungspaket am Nutzer aus. Mhm. Das wurde auch Zeit. Signal, äh... Was... Was sind das für... Dinger? Weiß ich nicht? Schnellen... Überall zu sein. Uns ist jetzt wohl klar, warum Sie uns beitreten wollten. Und wo wir gerade davon sprechen. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten. Es ist Zeit, dass wir unseren Teil tun. Wir haben beantragt, dass die COVEC Ihnen ein kleines Care-Paket bereitstellt. Kommen Sie wieder, wenn Sie den Inhalt an sich genommen haben. Okay, komm ich jetzt hier runter, ohne zu sterben? Wie ich auf die Lampe hier vielleicht springe? Oh Gott. Ich, äh... Muss mal kurz was einsammeln gehen. Da kam was so runter. Ich will wissen, was da ist. Ach, du bist ja hier. Ich hätte jetzt komplett ignoriert. Dann holen wir uns das mal. Aber sonst kam da runter. Ich hoffe nicht irgendwas Schönes. Was? Äh... Zwanglos-Team. Okay. Was ist das für ein Symbol? Wo bist du... Ah ne, du bist aber nur 100 Meter weg. Okay. Was ist das hier? Ein Orbital... Oh. Ein Orbitalangriff. Let's go. Äh... Daddy-O. Gehre nach West Springs zurück. Wo? West Springs war wieder da hinten, ne? Gut. Wir haben noch die Aufgabe. Wir müssen noch die Aufgabe beenden. Ich denke mal, das wird nicht mehr so viel sein. Ja. So. Okay. Was gibt es denn so Schönes auf 780 zu machen? Hallöchen. Achso. Das ist ein Emote. Was gibt es denn so Schönes auf 780 zu erledigen? Jetzt bin ich neugierig. Ja. Ja. Hahaha. Ja. 297. Ja. Woher? Woher? Ich... Ich... Ja. Danke. Danke. Ich... Möchte es nicht ein... Hehehe. 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 Hehehehe. Woher? 297. Nehm ruhig. Ich hab' noch über 500 in der Kiste. Ja... Okay. Du bist ja eine erfahrene Fallout... spielerin nehme ich mal an spielerin wo bekomme ich denn eigentlich eine blueprint für kisten her ich bin seitdem ich glaube spiele suche ich naja mal aktiv mal nicht aktiv mal so mal so danach und ich finde es einfach nicht ich weiß nicht wo ich eine herbe komme ich weiß dass ich aus lagerhallen welche bekomme oder bei den 1 da hinten wo waren das irgendwo hier war das glaube ich glaube es war so gut über der stadt da gibt es einen ort nicht her aus dem team entfernt wieso können die einfach leute im team beitreten ok ich weiß dass ich soll eine stelle geben wo waren die noch mal ich glaube ich glaube das war das hier da soll es eine kiste geben dein mäd hört man hätte sie redet auch gar nicht sie redet auch gar nicht im gras liegt eine tasche was naja volt 94 lagerkiste danke ich habe lagerplatz ich suche die ganze zeit danach aber ich ja ist das wo sind die ok wo bekommt man die her ich suche die ganze zeit danach und finde so level 1300 ja moin ich danke dir ich danke dir sara ich danke dir sara und ich suche die ganze zeit danach okay ich muss mal ganz kurz zu meiner minimalistischen klein base ich komme nicht wieder weiß nicht mehr wo ich den tauchen her habe bin ich gut finde ich gut ich nehme an aus volt 94 also 490 du bist mit gefordert meine base ist schon wieder weg meine minimalistische base lach mich bitte nicht aus lach mich bitte nicht aus ich habe kein zuhause ich lebe unter den stern warte kurz ich muss mich gerade erfreut was bauen ich muss mir natürlich noch einiges besorgen ja das ist wo haben wir denn sonst ich habe doch eine unterkunft nicht aber ich habe ein tresor den kann ich hier hin bauen so jetzt habe ich ein tresor gebaut was passiert wenn ich v gedrückt halte ah ja das habe ich ein tresor immerhin das wollte ich jetzt machen das ist halt nur ein anderes design die größe der lagerbox ändert sich nicht ah ja das ist ja nicht ach so das ist ach so das ist das hier meinst du bloß anderes design ach lol ok ich dachte das ist so eine ja ok ich dachte das ist ach lol ok ja gut ok dann habe ich doch noch kein lagerplatz muss mir echt mal gucken ich muss ich muss mich echt mal bemühen eine kiste zu bekommen was war das denn aber das würde ich aber morgen verschieben genau mir fehlt noch so einiges zeig mal was du in deiner kiste hast vielleicht ist da zeug drin was man nicht auf ja da gibt es das das einiges an müll drin tatsächlich da ist tatsächlich einiges an müll drin munition halt ganz viel aber anemie und schrott ist jetzt bräuchte man nicht da ihr was habe ich irgendwann mal reingepackt abgedeckt hat das beispiel auch nicht weil ich bin so viel zuvor aufzuräumen ich wenn ich kisten habe dann habe ich ganz gerne ein großes lagersystem aber ich denke das kann ich mir bei dem spiel hier und ich wollte es einfach nur nehmen abschmieren ja jetzt hier dieses fotogramm zum beispiel kann ich auch übernehmen die bruderschaft und die responder haben einen hohen preis gezahlt damit dieses wort in apalacia wieder etwas bedeutet trotz all der veränderungen haben aber weiter das land bestellt haben die leute neue fähigkeiten ich höre dich nicht und wir haben eine neue welt aufgebaut und die super mutanten wohnen all das zu zerstören ach so du hast müde drin okay guck mal bei schrott und bei waffen und da sammelt sich das meiste der meiste müll waffen ist sie wahrscheinlich auch einige drin haben wie zum beispiel eine railway plasma miene molotovs ein ganz anderes gedöhnt ja ich habe ich ganz viel drin ich weiß nicht was ich da wegwerfen soll aber gut was ist schlecht ich sammle gerne ich sammle ziemlich gerne aber wir werden gewinnen denn wir kämpfen füreinander für unsere kinder für unsere zivilisation also lasst uns diesen mutanten zeigen aus welchem holz wir geschnitzt sind hallo hallo ich habe keine zeit für dich ich muss was machen äh ja rüstung muss ich halt auch einiges mal aussortieren äh wir können gerne deine kisten durchgehen bei meinem gaming partner sind wir neulich von 1200 auf 500 runter gekommen ja moin ja aber ich glaube das denn doch tatsächlich ersten morgen ich bin froh wenn ich mich heute nach meinem bett sehne tatsächlich irgendwie rüstung ich habe ja guck mal rüstung ist bei mir das meiste was einnimmt also wenn ich von der rüstung aus gehe dann sind das schon 400 die brauchst du nicht mehr ja ja das ist das ist glaube ich alles schrott aber ich würde ganz gerne weiß ich nicht die würde ich schon ganz gerne drinnen lassen keine ahnung den rest ist müll warte noch warte mal so den rest würde ich tatsächlich einfach zerlegen was ist das hier klar die power rüstung schon aber die leder rüstungen und so weiter ja ja das ist richtig die habe ich auch wieder reingelegt was war denn jetzt gerade das eine hier warte mal ist das eine power rüstung autostim radar ja power rüstung leder ist das auch eine power rüstung ne 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 das 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 kann man ja das rader power rüstung das nicht das auch nicht falls du irgendwas sagen solltest grad so nebenbei ich höre es tatsächlich nicht so was könnte ich hier wegwerfen ach keine ahnung ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine hilfe das mache ich morgen weiter ich fall hier gleich um vor müdigkeit tatsächlich super dann würde wir sagen an der stelle naja dann youtube machen vielen dank dass du bis hier zu starten und meint du magst du magst du magst du kannst du den teuer des konzentrisen über den kanal aber nicht kommentieren der lässt die letzten halbe stunden haben wir jetzt ein bisschen sortiert dank des stream chats vielen herzlichen dank btw wenn du mal Lust hast um ein bisschen dabei zu sein wenn du Lust hast um ein bisschen dabei zu sein wenn du Lust hast um ein bisschen dabei zu sein blablabla blablabla blub guck mal der video schreien dafür nutzt das mein link zu meinem twitter kanal vielleicht sieht man das diesmal sogar schon wieder im stream Jetzt aber noch einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal, der Teddy. Tüdelü. Ciao, ciao.